Yo, hi Leute und willkommen zu einem neuen kleinen Projekt von mir. Und zwar werde ich so jede Woche ungefähr einmal, das steht nicht fest an welchem Tag ich das mache, werde ich einfach mal ein Seed vorstellen für euch. Und ja, da fangen wir heute direkt mal mit an. Also das ist wirklich ein mega geiler Seed. Also wirklich richtig, richtig fett. Ich kann ja mal kurz, also das Seed ist... ...löst, ich bin so dumm, das geht natürlich im Singleplayer, da. Das ist Seed, oder ihr gebt einfach Book ein, so. Und ich mache erstmal wieder F1 an, so. Und ja, ich würde sagen, dann fangen wir einfach direkt mal an und ich drehe mich um. Denn ihr spawnt direkt hier, wo ich das Leuchtfeuer hingesetzt habe oder hier in der näheren Umgebung halt. Und ja, wenn man sich dann umdreht, zack, spawnt man direkt vor einem Dorf. Genau. Also das finde ich ja schon mal richtig geil, dass man direkt vor einem... Ich bin genau da gespawnt. Dass man direkt vor einem Dorf spawnt. Hier sind dann so ein paar Wildscher drin und so alles. Hier, der gibt eine Lederhose. Der gibt ein bisschen Redstone. Der Cookies. Der Brot. Ich muss erstmal... Time, Set, Day. Ja. Set, Day. Okay, so. Der gibt Brot. Dann der hier. Oh, Versammlung. Der gibt auch nochmal Brot. Der gibt Melonen, was ich richtig cool finde. Zum Beispiel für eine Hardcore-Welt oder so. Da muss man nicht in eine Mine gehen und Melonen samen für so einen Trank der Heilung suchen. Sondern kann man einfach schön direkt hier neben handeln, indem man ein paar Fische angelt, in Smaragde umtauscht und die Smaragde dann mal eben für Melonen umtauscht. Richtig nice. Und, ähm, ja, dann guckt euch bitte hier diese schöne Landschaft an, ja. Hier kann man ein richtig schönes Haus draufbauen auf dem Berg da, so wie wir in der Season. Dann kann man da eine Brücke drüber machen. Dann kann man da hinten unter dem Abhang da... Und, ähm, ja, ich hab mir ein paar Sachen rausgesucht, die ich euch zeigen, äh, wollte. Und, äh, damit fangen wir dann auch mal direkt mal an. Den ersten konnte ich mir noch so merken. Ne, warte, der war hier. Konnte ich mir noch so merken. Das war der Block. Hier muss man sich dann runterbauen. Also, aufpassen, wenn man sich runterbaut. Ähm, genau, weiter, weiter, weiter. Und, tadaa, ein Skelettsbauer nach. Und, ja, in der Kiste sind nicht... ...die geilsten Sachen drin. Es ist eins, zwei, drei, viermal die gleiche Schaltplatte. Läuft auf jeden Fall bei denen. Weizen, Redstone, Brot und ein Namensschild, was ganz cool ist. Und dann denkt ihr, das war's jetzt. Nee, das war's nicht. Hier können wir einmal kurz reingucken. Hier ist nichts mehr. Oder? Nö, hier ist nichts mehr. Ähm, auf jeden Fall... ...hab ich noch was. Also, wenn man sich hier so... ...vier Blöcke runterbaut und dann einfach ein bisschen geradeaus... ...tadaa! Der nächste Skelettspawner. Und hier in der Kiste sind dann wieder... ...zweimal die gleiche, aber diesmal eine andere Schaltplatte, Gott sei Dank. Und, ähm... ...ja, also hier kann man eine richtig geile Monsterfalle rausbauen. Schätze ich mal. Könnt ihr dann ja machen, wie ihr wollt. Und, na... ...ja, hier auch richtig schön viele Höhlen und so, alles. Ey, haha. Und, ähm, genau. Ja, dann kommen wir zur nächsten Sache. Die musste ich mir jetzt in den Chat schreiben. So, minus 370, minus 138. Gut, dann geht's mal los. In... ...in die Richtung. Ja, gut, in die Richtung. Ähm... ...ja, und da seht ihr schon... ...oh, es besitzt hier eine Wüste. Und was könnte in dieser Wüste wohl drin sein? Ich verrate's euch nicht. Ihr wisst es wahrscheinlich hier schon. Ähm, genau. Da sieht man's auch schon. Eine Pyramide direkt da hinten. Sieht man doch gerade die Insel, wo das Dorf drauf ist. Und hier ist direkt eine Pyramide. So läuft das bei denen. So, hier so ein schönes, kleines... ...so ein schöner, kleiner See direkt an der Pyramide. Steht also halb im Wasser. Zack. Dann geht man mal hier rein. So, jetzt kommt... ...nicht auf die Druckplatte. Gut. Ähm, ja, hier da drin das ganze TNT drunter, ne? Läuft auf jeden Fall beim TNT. So, und in den... ...hier ist ein Sattel drin. Cool für Pferde und so. Und, ähm... ...ja, hier ist noch einer. Und sonst sind hier nicht so geile Sachen drin. Keine Diamanten oder sowas. Bisschen Knochen, bisschen Gold, bisschen Eisen und so. Und die nächste Sache. Da, äh, da, 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 stopp. Torben hat was vergessen. Eine konnte ich mir nämlich auch noch so merken. Da muss man einfach Richtung... ...Richtung Westen. Und da sieht man es auch schon. Da ist ein Dorf in der Wüste. Und die Pyramide ist da. Ist die Pyramide. Man sieht sie noch klar und deutlich. Verschwommen. Weg. Und dann ist hier das Dorf. Was finden wir hier so bei den Villagern? Hier ist Wolle für Smaragd. Smaragd für Chicken. Chicken für Smaragd. Scheiß Lightbug. Ähm... Und hier, der handelt Weizen für Smaragd. Der handelt Bücher für Smaragd. Der handelt Wolle für Smaragd. Hier könnt ihr Bücherregale holen. Gibt es hier noch etwas Interessantes? Ne. Ja, wer bist du? Ja. Wer bist du? Wer bist du? Hallo, wer bist du? Du bist der Wollehändler. Okay. Ähm... Was finden wir hier noch so? Weizen. Wolle. Und warte da mal ganz kurz. So, da bin ich auch schon wieder. Und, ähm... Oh mein Gott, man hat es schon gesehen. Also, wenn man einfach dann weiter hier vom Dorf in... Da hinten ist die eine Pyramide. Wenn man dann einfach weiter in diese Richtung hier fliegt, nicht ins Schneebium, dann ist hier direkt die nächste Pyramide. Läuft auf jeden Fall bei denen. Mit einem schönen Lichtpack am Eingang. Das können wir mal ganz schnell beheben. Ach fuck, ich will keine... So. Damit man hinterher sieht, was wir so alles gelootet haben. Boah, Junge, das war knapp. Ähm, so, dann hier Eisen und noch ein Satter. Also, da haben wir schon drei Sättel. Na, Knochen, Goldwaren, Eisen, Gold, Knochen. Genau, und dann hier auch wieder TNT und die ganzen Kisten und so. Dreck halt, ne? Zack. Ähm... Na, der nächste Saal, da brauche ich mal wieder den... Wo sind wir gerade? Wir sind gerade bei minus 298. Gut, ich muss dann mal zu minus 307 und zwei. Minus 307. Falsche Richtung. Wieder falsche Richtung. Wieder falsche Richtung. Da lang muss ich. Ach so, ne, das war das hier, ne? Ja, ja, das war das. Das war die Pyramide. Sorry, Leute. Das war die Pyramide. Da war es zu minus 163, minus 100. Hatte ich das nicht auch schon? Ich weiß nicht, ich hab mir die ein bisschen... Ähm... Durcheinander aufgeschrieben. Ey. So, wo muss ich denn zu minus 100... Minus 100... Minus 100... Da ist die andere Pyramide, ey. Ja, das war die andere, glaube ich. Ja, das war auf jeden Fall... Oh, das war das Dorf hier. Naja, dann sind wir schon hier bei minus... Ja, jetzt müssen wir ein bisschen weiter weg. Minus 643. Dumm, die dumm. Da fliegen wir mal ein Stückchen. Also weit ist es auch nicht. Es ist nicht weit weg. Da hinten ist noch das Dorf. Und wir sind jetzt schon fast bei minus 643. So, und wo muss ich dann hin? Zu minus 466. So, dann geht's hier nochmal durch den Schneebiom. Hier haben wir noch eine schöne Pampa. Jo. Minus 466. Das sind noch 200 Meter. 200 Blöcke, keine Ahnung. Könnt ihr mir in den Kommentar schreiben, ob Blöcke gleich Meter sein sollen. So. Minus 466. Da. Ne, da. Gut, ähm. Und, wir müssen noch... 643. Passt, Junge. Ich bin so gut. Und zack, 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 zack. Und hier geht's runter zu einem schönen Lavasee. Dann kann man hier noch tolle Sachen machen, ne? Wisst ihr hier, ganz viel Looting-Sachen. Hier gibt's ja ganz, ganz viele Kisten in diesen Festungen. Ups. Genau, darum geht's hoch. Aber hier, die gehen ja auch total hoch. Wer klopft denn in die Tür, Alter? Warum klopft man die Tür, ist die Frage. So willst du mich doch gar nicht angreifen. Ich bin doch im kreativen Modus. Mach still los bei dir. Mach still los. Wo ist dein Kollege? Naja, egal. Auf jeden Fall, hier gibt's dann ja ganz, ganz, ganz... Ganz, ganz viele... Von der Sachen hier unten geht's nochmal zum Lavasee, so wie's aussieht. Zu einem anderen. Und wir können uns dann ja einfach nochmal ein bisschen... Nein, da ist... Hier ist die Festung nämlich. Hier ist der Hauptteil, gut. Ja, hier kann man dann halt... Hier ist eine Bibliothek. Können wir mal hoch und in die Kiste gucken. Oh, ja, also kommen wir zu viel Looting, ne? Hier geht's richtig ab. Ähm... Scheiß Fledermäuse. Ich hasse Fledermäuse. So, was gibt's hier noch? Hier... Das sieht doch gut aus. Was ist denn das? Hier ist ein schöner Villager-Zombie. Und wieder so eine Kack-Fledermäuse. So, hier war ich doch gerade, oder? Ne, hier ist wieder so ein Hauptteil. Fliegen wir auch nochmal hoch. Drei Goldbeeren, also mit dem Looting ist nicht hier. Doch, hier gibt's ja noch ganz viele Kisten. Wir können's ja einfach mal... Wir können uns ja einfach mal, denkste. Können wir gar nicht. Wir sind geschlagen noch dafür. Naja, egal, auf jeden Fall will ich euch jetzt nicht hier die ganzen... Ne? Den ganzen Spaß hier wegnehmen und alles erkunden. Auf jeden Fall ein richtig geiles Lied. Wahrscheinlich der geilste, den ich je gesehen habe. Boah. Ähm... Genau, kann man bestimmt viel machen. Viel bauen und so. Und, ähm, ja, wenn's euch gäbe... Nein, warte, ich möchte an die Oberfläche, wenn ich meinen Schluss... Wenn ich den Schlussstrich ziehe. Dump, 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 dump. Es ist Nacht, das wollen wir nicht. So, genau. Ähm... Ja, dann mach ich mir so ein schönes Podest jetzt. Die Frage ist, wie, woraus? Hey, mach ich das Diamant-Blocken. Wir haben ein wunderschönes Podest für mich. Ich brauch sowas. So. Den haben wir natürlich nicht gelootet. Den auch nicht. Ja, liebe Leute. So. Genau. Ähm, ja, wenn's euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Informe des Daumens hoch oder was auch immer. Wenn ihr mehr Street-Vorstellungen haben wollt, schreibt's mir in die Kommentare. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Psch, seien mal leise, bitte. Ähm, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.